Ein 24-Stunden-Rennen vorherzusagen ist ziemlich schwer. Es können Unfälle passieren, es können Probleme auftreten, die man vorher bei vielen tausend Kilometern nie gesehen hat. Du planst eh mit relativ wenig Puffern, ja, und die Puffer waren, ich glaube, nach drei Monaten schon alle aufgebraucht. Der eine oder andere hier hat uns für verrückt erklärt, wo wir gesagt haben, nee, wir schaffen es, wir glauben daran, dass es möglich ist. Das ist das, wofür wir hier alle arbeiten. Dafür leben wir. Facing problems, solving them, moving forwards. Close to 200 miles an hour, it's almost a football field per second. Jungs, ihr habt wirklich unter schwierigsten Bedingungen einfach einen Top-Job abgeliefert. Mein Liebermann. Das ist das, wofür wir ihm haben, ich bin. Und wir müssen, wie bei euch. Du hast das, wofür wir wohl schon eine Lausgeist Ausgleich haben wir, ich glaube, hierhin von mir. Und wir müssen uns zur Zeit nachher,